Herzlich willkommen bei Let's Play Table Tennis. Schön, dass du wieder zu diesem Shorts Video dabei bist. Heute brauchen wir eure Hilfe. Wir haben bald einen Mentaltrainer bei uns zu Gast, der auch Bezug zum Tüchternesport hat. Und wir brauchen ganz viele Fragen. Natürlich haben wir auch einige Fragen von unserer Seite, aber auch die Sachen, die euch interessieren, wie man ein positives Denken im Spiel hat oder es wieder gewinnen kann oder andere Themen, die euch dazu interessieren. Gerne, all eure Fragen könnt ihr jetzt hier in die Kommentare schreiben. Wir schreiben uns alles auf und wollen möglichst alles auch mit ihm besprechen. Dankeschön für eure Hilfe und bis bald zu diesem Video. Ciao.